Mit der Queen Night ist im Rhinacher Jugendhaus Ballet Noir der dritte Teil der vierteiligen Konzertreihe im Rahmen einer neuartigen Zusammenarbeit zwischen der Musikschule Rhinach und dem Ballet Noir über die Bühne gegangen. Die Band Wordless hat neun Stück von der legendären Queen gespielt und zwar in eigenwilligen Versionen. Die Queen ist mit der Gitarre, dem E-Bass und dem Klavier sehr auf dieser Szene. Wir sind vier Saxophonen. Er schlagt sich unter den Klavier und versucht das nachzustellen. Es ist schon nicht das gleiche, aber ich glaube das was die Queen ausmacht als Essenz haben wir sicherlich auch. Wir hatten eigentlich immer nur gute Reaktionen, immer sehr positiv und die Leute sind begeistert. Unseres Wordless gibt es jetzt schon etwas mehr als elf Jahre. Angefangen haben wir ja zu viert mit vier Altsaxophonen gegründet worden durch unsere Lehrer, Beat Cappolo. Wir haben uns immer weiter vergrössert und die Mitglieder haben gewechselt und mittlerweile sind wir in der jetzigen Besetzung seit etwa zwei Jahren mit vier verschiedenen Saxophonen. Wir haben einen Pariton, Tenor und Alts und Sopransax und einen Schlagzeug und einen Klavier. Ich bin elf Jahre jetzt in dieser Band und jede Woche trifft man sich und es sind gute Freunde geworden mittlerweile. Ich kenne eigentlich alle schon ziemlich lange, sicher etwa, ich weiss nicht, acht Jahre sicher. Und da wir viele auch im gleichen Orchester spielen als im Jugendblosorchester Reinhard, ist es einfach so vom Ende zum Anderen gekommen. Zuerst war es ein Saxophonquartex, dann kam es einfach immer mehr dazu. Die Stücke sind eigentlich ziemlich herausfordernd. Es sind jetzt so 0815 Stücke und es ist krass, dass man das so nachspielen kann. Ich hatte lange nicht so eine Connection zu Queen, aber natürlich die Lieder hat man gekannt. Bohemian Rhapsody ist ein Lied, das jeder kennt, das man sich nicht gross darüber fragen muss, was es für ein Lied ist. Und dadurch haben wir die Lieder schon immer sehr toll gefunden. Und die Möglichkeiten, die man mit den Liedern von Queen hat, sind sehr sehr gross. Man kann sie anders interpretieren, man kann sie eben mit Saxophon spielen, obwohl sie eigentlich Gesang und vor allem Gitarren und Schlagzeuge interpretiert worden sind. Aber wir haben sie jetzt mit Saxophon so interpretieren können und ich glaube, sehr gute Interpretation von diesen doch sehr anspruchsvollen Liedern machen können. Die Verantwortlichen zeigen sich mit dem bisherigen Verlauf dieser Konzertreihe sehr zufrieden und ziehen ein positives Fazit. Es ist gut besucht worden, es war ein Erfolg, die Zusammenarbeit mit dem Balenoir und der Musikschule. Und es ist ein Projekt, das wir unbedingt weiterverfolgen wollen, auch im nächsten Schuljahr und in der nächsten Saison. Es kommen immer mehr Leute. Ich habe das Gefühl, dass das mit der Musikschuleinacht sehr sehr viel Spass daran hat, mit uns hier zu sein, wie wir das mit ihnen auch haben. Und es braucht immer weniger Aufwand. Es ist schön, die Koordination läuft, es funktioniert. Es ist sehr schön zu sehen und sie kommen immer mit dem Lachen vorbei. Die Konzertreihe soll weitergeführt werden. Andenkt ist sogar ein Open-Air. Am letzten Juniwochenende, also am Samstag, 25. und Sonntag, 26. Juni, findet im Ortszentrum von Reinax das 22. Jazz Weekend statt. Auf vier verschiedenen Bühnen auf vier Plätzen gibt es am Samstag zu Abend zwischen 6 Uhr und Mitternacht musikalische Leckerbissen. Und es wird, wie gewohnt, für alle etwas dabei sein. Am Sonntag zwischen 10 Uhr und 2 Uhr am Nachmittag wird dann nur noch die Bühne auf dem Gemeinshausplatz bespielt. Dank Sponsoren ist der Eintritt frei und auf allen Plätzen gibt es kulinarische Leckerbissen. Die Organisatoren und Gemeinden danken den Anwohnerinnen und Anwohnern für das Verständnis, dass es ein bisschen läuter wird als sonst. Werder von den Eintritt frei und darf Preise verliehen. Werder von den Eintritt frei und darf Leckerbissen nicht geworfen. Der Eintritt frei und darf uns zu machen. Werder von den Eintritt frei überläuzen. Der Eintritt frei und darf einem Herrn Klavierbissen nicht einfach ausobern.